Ayo, was geht von Daika Staffich? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Aliens vs. Predator. Das letzte Mal haben wir ja die Predator Kampagne durchgespielt. Jetzt sind wir in der Alien Kampagne dabei, die letzte Kampagne. Und dann werden wir mit dem Spiel auch durch. Und ich würde sagen, die ziehen wir heute durch. Und herein in die Oiga. Ja, wir starten das Spiel natürlich. Wir spielen auf... Diesmal spielen wir auf leicht, Digga, weil ich glaube, Alien ist doch nicht so leicht. So, die Katzchen kennen wir schon. Können wir irgendwie überspringen? Genau. Das ist jetzt sozusagen, jetzt hat mit dem Alien zu tun, was jetzt kommt. Wenn man Bescheid weiß. Please! Somebody help me! That's the last of them. Commencing specimen retrieval. Uh, what happened to specimen six? Get back! No, Dr. Rose. I want it alive. I like this one. Send in the combat androids. Mark it up for the program. Yeah. Number six. So, now we are in the face of the aliens. How cool is that? Let's see if he's right. The second response is first. Simply orient your head in the direction indicator. See? Watch your track my head. The second response is first. The second response is second. How cool. What a crap alien game. That's so cool. How cool is that? You see a biological marvel. Excellent. Watch. These things can move on in any surface. How cool is that? What is that? What's that? What's that? What's that? Du hast mich verraten. Warum wird niemand erzählen, was passiert? Denn Vivian sieht, dass du wieder in der Welt bist. Du kommst zurück. Ich gehe nicht in da. Du bist in wichtiges Forschung, mein Freund. Ah, ok. Schick den jetzt zu mir, oder was? Geil. Was mit Maus 2? Oh, geil. Oh, geil. Oh, das ist interessant. Eine Strategie. Wahnsinn. Sie wissen, dass die Schmerzen ist ihre Begegnung. Ich kann mich nicht sehen, Schicks. Wenn ich nicht wusste, dass du da warst, lass uns noch einen Begegnung. Das ist ein Begegnung. Das ist ein Begegnung. Das ist ein Begegnung. Das ist ein Begegnung. Sie wollen nur die Schmerzen? Eine Struktur für eine Begegnung. Keine Frage. Gib mir deinen Schädel. So. Der Geruch eines Menschen verrät ihn. Ja, ja, der ist da. Ihr Geruch umso mehr Gefahr geht von ihnen aus. Das heißt, rot ist halt... So, komm mal ranieren. Aber wie wissen Sie über die Schmerzen? Okay. Herr Weyland war richtig. Sehr gut. Das ist genug für heute, ich denke. Lass mich frei. Lass mich frei. Warte. So, erstmal hier. Hä? Ah, okay. Hör mal auf hier. Mach auf! Oh nein, was ist jetzt los? Zielvergabe für mich flüchten. Okay. Kontrollpunkt. Impressive, Six. Most impressive. Escape is not an option for you, however. Please, don't try it again. What's happening? Weyland's finally going to do it. Security alert. House failure. Bees remain calm. Hey, excuse me. Keiner hat gesagt, dass ich nett sein soll. Geil. Wo ist der letzte Hut und so? So, jetzt sind wir frei. Als fucking Alien. Wie geil ist das? Das ist so wild. Was ist das hier? Okay. Das sind meine Cousins. Meine Brüder und Schwestern. Geil. 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 All facility staff, das ist Dr. Groves. Wir haben eine Verwärterung. Wir haben eine Verwärterung. Wir versuchen, sich ruhig zu bleiben und folgen. Zeno. Ich weiß nicht. Ich bin mit dir. Was ist das? Ja, Bruder. Komm. Ich weiß noch nicht, was es bringt, aber wir nehmen es trotzdem mit. Wie frei ist das so? Wolland? Lass mich durch. So. Nice, der ist weg. Sehr schön. Alter. Schwere. Sorry. So. Rein da. Auf ganzen gespannt. Der ist weg. Der ist weg. Aber das hätte uns müssen. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der habe mich nicht weg wie ein bisschen zu verblicken. Mein Mooi. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Volk. Der ist weg. Er ist weg. Einfach geil. Einfach als Egen. Drecks Vieh, Alter. Wanser. Wir warten das nicht mal runter. Macht das kaputt. Alter. 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 Einfach sicherlich. Unabhängig. Unabhängig. Geht. Geht. Oh, hässlich. Hund. Richtiger Kelb. Sind wir das? Sieht's aus. Alter. Inklusive der Königin. Alle frei. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Als Velion weiterspielen. Definitiv. Da seh ich mich, Digga. Das ist richtig geil. Ich hab es Sack. Komm, B contend. Ich weiß nicht, Heyer, du kannst nicht schissern. Wie wäre es denn ein ein paar Tage zuengersen. Wild, 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 wild. So. Das sind wir auf jeden Fall, aber wir sind doch schon ausgewachsen, das ist doch was schönes. Der Daruta kann ich nicht, sonst bin ich auf jeden Fall Schrubbelfuß. Aber hier kann ich, was? Durch was? Ah. Macht aber nicht so viel Sinn. Weil, ja da halt Strom ist, ne? Es sei denn, ich muss erst mal so dann, genau, wenn das D-Shirt sozusagen jetzt erst mal deaktiviert. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Let's go Fantastisch So eine Sekunde ich gehe ganz kurz scheißen So weiter geht es meine Freunde Es geht weiter zum Start Ach guck mal ich muss verstehen Warte 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 Was mache ich hier? Nee falsch Einfach so rüber Genau Wir gehen mal vorbei Lass es einfach mal vorbeigehen So durchs Licht sieht man uns Aber es schadet uns nicht Ich kann mich hier verstecken Gehen wir hier durch Durch die Lüftungsschacht hindurch So Dann lass sie mal vorbeilaufen Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Warte mal Ah versteht es gibt mehr Leben Okay Ich verstehe Tschüssi Geil Warte machen wir die ganzen Hasen hier mal aus Was gibt es sonst noch? Eigentlich nichts Warte Komm ja Schwester Tschüss So Da war das auch Ich hätte doch langsam richtig Bock Digga Auf Alien Isolation Und so Digga Da hätte ich richtig Lust drauf Summen An Ich habe Für die Lüftung Beide Ich werde für die Lüftung die Lüftung Das mache ich Bei dir das mache ich Dass du Ehe Die Lüftung Ehe Gey Das macht Das macht Das macht Das macht So, warte mal, jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Ne, warte, von da komme ich ja. Das ist ja Schwachsinn. Äh, das Ding ist, die Wegzeigung ist ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich hoch muss, irgendwie. Die Frage ist jetzt aber nur, davon da komme ich ja. Das heißt, hier wird es weitergehen. Ich muss, wie es aussieht, muss ich da hoch. Okay. Ah, verstehe. Nice. Nice, 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 jetzt haben wir es. Okay, was ist das hier unten? Ist da was? Ne, das ist nur ein Licht. Oh, shit. Ich bin's, Junge, der einzig wahre... Alien-Boy bin ich. Tschüss. So. Okay, der Bruder ist da nicht. Irgendwas passiert, warte kurz. Warte, 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 lass mich kurz loschauen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Dings, das nehme ich doch mit. Genau, mache auf den Hasen. Kann ich mit ein bisschen Knabbing schießen? Als Alien geht das? Ich glaube nicht, dass der Kollege das... Äh, halten, um es schon gar nicht irgendwie überdienen kann. Aliens sind zwar intelligente gewesen, aber so interagiert jetzt auch wieder nicht. Aber warte hier. Hä? Hä? Isthäblich? Äh. Äh. Das war's für heute, wenn die Marlone zerbricht. Warte, da war eine Ersten dauerne. So, warte mal kurz. So, warte mal kurz, warte mal kurz. Keine Ahnung! Keine Ahnung! so kauf über jetzt sehr schön haben wir die kurz mitgenommen fantastico so lobe ich mir das so als edi weiterspiel natürlich so oder du wirst erst mal schon infiziert da kenne ich nix da kenne ich auch nix sekunde meine oma ruf ich schon so weiter geht's wie kurz meine oma rufen so 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 Schnell, schnell, schnell. Oh Mann, ist das mal schön infiziert? Da kenne ich nichts. So. So. So, Kollege. Wie ist das mal schön? Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nein, 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 nein. Bleib gar. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt gewesen? Unterhäckiger Hurensohn. Warte, Kopfbiss. So, jetzt mal wieder voll mit Leben. So. Jetzt haben wir den hier. Wo ist der letzte? Hier ist er. Sehr schön, Junge. Knusprig und zwiebelisch. Hallo. So. So, aufgemacht hier. So. 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 die Seite. Ach du. Oh mein Gott. Okay. Das bedeutet. Hier nicht lang. Sonst sind wir auf jeden Fall gleich. Zwiebelfisch. Zwiebelfisch. Muss ich doch irgendwas deaktivieren können, oder? So. Ja, wie ich es gesagt habe. Geht das? Ah, verstehe. Wie so'n Aufzug nutzen. Oh oh. Weg, 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 weg. Was? Hund. Auszuges Feuer. Oh, kaputt. Oh schoisse, oh schoisse, oh schoisse, oh schoisse. Weg, 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 weg. Nein, aufzugschießen, ja man je. Bei Seite so. Hier. Hier, nach Hause. NACHT. So, jetzt probieren wir es erstmal infiziert, fantastico, geil, sehr schön, nächstes Level, ich würde sagen, wir ziehen die Alien-Kampagne so in einem Ruck durch, geht glaube ich auch nur 50 bis 60 Minuten, also genau eine Folge, da ruht es sich nicht, wenn wir noch zwei Folgen zu machen, da reicht schon eine, aber die Predator-Kampagne hätten wir auch theoretisch in einer Folge machen können, aber ich weiß nicht, Alien, ich sage dir ganz ehrlich, macht mir gerade richtig viel Spaß, also ich finde als Alien zu spielen sogar geiler als Marine oder als Dings, hätte ich nicht gedacht, damit das jetzt so viel Spaß macht, das ist todesgeil, das ist wirklich, also, das Spiel ist echt underrated, das fuck, Digga, underrated, komplett. Und da ist doch einnutzig, das ist gut, da ist es. Ich hole mich in die Seite, die Kamera mit dir, die Schmerzen stellt euch nicht, nicht auf jeden Fall. Da gibt es jetzt so viel Entschuldigt von der Bühne. Ihr hört das? Das ist hier, kommt der Bühne! Krieger jouw, nicht schmerzen. Das ist ja mal! Hat bei mir. Ich habe nur gewartet, als er gepusht ist. So. Das war aus mit der Scheiße. Nice. Okay, jetzt nehmen wir wieder das Gebiet. Das kennen wir ja. Okay. Tschöne gang. Ja. 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 Ach, die hier kommt. Er hat nicht geschehen. Ich habe Bewegungen in 25. So So Löschen sie alle Marines aus, das machen wir gerne Okay, es wird ein bisschen viel War da unter mir gerade eine? Okay, die machen ernst, die Cousins Na komm Ja, mit dem Head Du Ist das bald so Gepredigt Da kenne ich nichts Welcher Dschungel eingang, Digga Ich glaube, wir sind hier richtig Ja, 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 guck mal Let's go So, Gebäude BO3 Ein Weg in das Gebäude Die ganzen Türen sind alle zu Ist irgendwie von oben Geht auch nicht, ne? Okay, ich müsste wahrscheinlich irgendwie die Tür öffnen Versuchen zu öffnen Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Ich meine nicht Ne, es gibt nicht Äh Warte Aha Da haben wir was Da haben wir was So, okay, und was soll ich jetzt hier denn machen? Scheiße, wie mache ich das jetzt? So, okay, alles klar Die wollen's wissen, die kriegen's Oh Gott Was ist das? Ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Wow, ich bin nicht hier Achso. Aus damit. So. Ich sehe es schon. So, das noch kaputt. So, lecker. Warte, jetzt das hier öffnen. So. Gut. Jetzt hier runter wahrscheinlich. Jetzt hier links. So. Oh mein Gott. Das ist kein Problem. Regeln wir kurz. Kurze Regenerationszeit, meine Freunde. So. Okay. Okay, 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 okay. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Schuss! Wir haben Bewegung über 25. Perfekt, let's go, Digga. Nächste, ich glaube die letzte Mission sogar. Sieht so aus. Das hat auch gut ihre Zeit, 43 Minuten. Joa. Das ist auch wirklich großartige Cutscenes, hat ein Alien natürlich nicht. Ist ja klar. Äh, warte mal. Die Frage ist jetzt, wo komme ich da jetzt rein? Sorry. Was für Drecksfische, Alter. Oh, Scheiß. Geilung. Oh, Scheiß. Ich glaube. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. Oh, Scheiß. ist jetzt, wie gesagt, wie komme ich jetzt da rein? Wie komme ich jetzt in dieses Gebäude? Schade, dass ich mit Säure spucken kann. Wäre was Cooles gewesen. Es muss doch hier irgendwie irgendwas geben. Okay. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Sekunde. Achso. Das ist doch zu verstecken. Wie komme ich da jetzt durch? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Aha, warte. Hier ist was. Hier ist noch ein bisschen Säure. Für uns. Dann hier ist was. Hier ist nichts. Scheiße. Jetzt bin ich wieder derselbe still, wie ich vorhin geblieben bin. Ich habe keine Ahnung. Hier auf dem Dach ist aber auch gar nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es sei, ich muss das hier alle Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Von wo denn? Der, das snipet mich, der Hurensohn. Ich werde mich, der Hurensohn. Oh nein, oh nein. Ich wollte auf deinen Hurensohn. Kannst du es nicht umdrehen bitte? Der ist oben! Der hat keinen Bock. Ok, danach nicht. Der hat keinen Bock. Der hat keinen Bock. Die werden halt nicht gesungen. Was ist das denn? Der ist mir gedacht, dass wir irgendwie viel zu kompliziert. Man macht doch auf, Digga. Ich muss irgendwas machen, glaube ich, damit das aufgeht. Ich muss irgendein Rätsel lösen oder sowas. Irgendwas muss ich machen. Ich weiß gar nicht was. Äh. Ah, Digga. Die Scheiße vielleicht. Ne, das ist halt einfach nur Übergang, aber da ist nix. Warte, ich schau einfach mal kurz nach. So, hab's rausgefunden, Digga. Das war ein richtiges Gefriegle, Alter, wie ich's gesagt habe. Das war ein richtiges Gefriegle. Bis ich erst mal diesen einen Eingang gefunden habe gerade. Hat echt wirklich eine halbe Stunde gedauert, aber wir haben's fertig. Wir haben dieses Rätsel gelöst. Und jetzt ist die Frage... Jetzt müssen wir theoretisch auch... Hallo, hallo. Die Türen sind noch zu. Okay. Äh. Irgendwas müsste jetzt aufgehen, oder nicht? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder? Ich bin einfach nur dumm. Warte mal. Ich hab jetzt gerade hier... ...das Rätsel hier alles, ne? Bin jetzt hier oben reingekommen. ...und bin jetzt hier. Oder? Ja. Okay, und jetzt? Warte mal kurz. So, ich glaub ich hab's. So, erst mal den hier. Komm her. Wunderbar. Und dann der Cousin. So. Perfekt. Halleluja. Zerstören Sie die Kraftquellen der Menschen. Ein Predatorius. Der hat uns schon gerochen. Der hat uns schon gerochen. So. Ich glaube, das war's mit dem Ersten. Wo ist der Zweite? Wo wirst du Cousin? Hä? Was? Ist dieser Hund? Bleib stehen, du kleiner! Du wohnst an! Und? Was ist das? Der Oberpredator, was? So. Schwäch und infizieren sie den Elite-Predator. Ja. So schön, ja. Dotz, 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 dotz. Perfekt. Was? Was? Let's go! Alles, wenn ihr... Das war okay, verstehe. Ehrlich, dieses Prater, stellen sie nur eine Speziesgein. Was? 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 Zitovor Schreie Schreie Zitovor Zitovor No, don't kill her. This one's an old friend. Secure the specimen for off-world transportation. UNTERTITELUNG 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 ACTIVITAR So, perfekt, Leute, das soll es gewesen sein, mit Alien vs. Pirata, da sind wir auch schon die Credits, wir haben alle drei Kampagnen gespielt, die Marine, die Pirata und die Alien Kampagne, boah, ich muss sagen, ich war vor der Alien Kampagne echt überrascht, wie geil die eigentlich war, ich fand alle drei klasse, Marine halt wirklich richtig geil, atmosphärisch, leider eine kleine Waffenauswahl, aber dennoch sehr atmosphärisch, sehr cool gemacht Die Predator Kampagne, sichtig schön actionreich, alter, weißt du, mit dem Predator einfach durch die Leute messen und da mit der Alien Kampagne auf Stealth Basis, richtig cool gemacht, ähm, ja, ging gar nicht mehr so lange, das Spiel, ich glaube, sechs Folgen jetzt mit der Folge, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es ist ein neues Play, seid gespannt, was auf jeden Fall als nächstes kommt, ich habe noch, ähm, Alien Isolation, was ich sowieso eigentlich die ganze Zeit spielen wollte, würde ich, glaube ich, sogar bald demnächst als nächstes einlegen, Hat, wie gesagt, echt extrem gebockt, und, ähm, ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem neuen Let's Play Projekt, wenn's wieder heißt, Let's Play mit eurem Alcatrazzo, bis denn, checkt ihm wie zufisch die Zwiebeln und haut rein!